hey leute das jahr geht dem ende entgegen ich wollte ursprünglich draußen ein kurzes video machen ist mir aber es ist momentan leider verwehrt daher an dieser stelle danke für dieses jahr dank dafür dass ihr mich begleitet habt wünsche euch ein ruhiges besinnliches friedlich ich wünsche euch ein ruhiges besinnliches und friedliches fest kommt gut ins neue jahr rüber und wir sehen uns dann in absehbarer zeit wieder habe hier zum schluss noch drei vier bilder für euch in diesem sinne bis zum nächsten video ciao und 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 und